Guten Abend, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Herzlich willkommen zum heutigen Finanzen.net-Webinar. Es ist Donnerstagabend 18 Uhr, das heißt Webinarzeit hier bei Finanzen.net. Ich bin Annika Niederkorn und in den kommenden 60 Minuten Ihre Moderatorin. Geduld, Aufgeschlossenheit und Konzentration. Ein guter Trader braucht viele Eigenschaften, um an der Börse erfolgreich zu sein. Doch, Sie kennen es vielleicht, jeder Trader tappt auch einmal in eine Finanzfalle. Wirklich ärgerlich, denn das Geld ist einfach weg. Damit das in Zukunft nicht mehr passiert, haben wir heute Abend Dr. Raimund Schriek eingeladen. Er ist unter anderem Entwicklungstrainer und Buchautor und er wird Ihnen heute Trading-Tipps geben, die Ihnen bares Geld bei Ihren anderen Entscheidungen sparen. Guten Abend, Herr Schriek. Herzlich willkommen zu diesem Finanzen.net-Webinar. Ja, guten Abend. Ich freue mich, dabei zu sein. Herr Schriek, vielleicht können Sie uns vorab schon ein paar Sätze zu Ihrer Person sagen. Ich habe es ja schon vorweggenommen. Sie sind unter anderem Autor und Entwicklungstrainer. Ich weiß aber, da gibt es noch viel mehr, was Sie für das heutige Webinar qualifiziert. Ja, es gibt natürlich eine ganze Menge, das ist in gewisser Weise natürlich auch Lebenserfahrung. Ich war viele Jahre Anleger, habe dann irgendwann mit dem Traden begonnen und mich viel intensiver mit der Materie beschäftigt, als ich damals annahm. Im Prinzip bin ich Naturwissenschaftler und gehe gerne den Dingen auf den Grund. Und warum ich mich vor allem mit dem Thema Coaching und Trading beschäftigt habe, weil ich selbst am Anfang damit nicht wirklich zurechtkam, mit dem Tempo, mit den schnellen Entscheidungen. Und habe gemerkt, letztlich trade ich nur mich selber. Also meine Eigenschaften bringe ich letztlich auch in, oder ich kann es letztlich auch in Gewinnen und Verlusten messen. Und ich sehe heute bei jemandem, wenn ich den begleite, ob er tatsächlich Schritte dazu lernt oder auch eben nicht. Und es gibt einfach auch noch andere Themen, die eine Rolle spielen. Der Kopf, Neurowissenschaft spielt eine Rolle, Rhythmik spielt eine Rolle. Es gibt sehr viele Dinge, die da reinspielen, um letztlich an den Finanzmärkten erfolgreich zu sein. Vor allem natürlich sich als Mensch, die Persönlichkeit zu kennen und auch zu wissen, was ich mir denn zumuten kann. Welcher Markt zu mir passt, welche Tradingzeit zu mir passt und vor allem auch, welches Risiko ich denn letztlich für mich eingehen kann. Ja, Herr Schriek, bevor ich gleich das Wort vollständig an Sie übergebe, möchte ich unsere Teilnehmer noch auf unsere Chatfunktion hinweisen. Denn, liebe Teilnehmer, Sie können während der gesamten Veranstaltung Fragen an unseren heutigen Experten stellen. Das geht einfach über die Chatfunktion. Schreiben Sie uns gerne. Wir haben am Ende noch ein bisschen Zeit eingeplant für eine kurze Fragerunde, in der wir dann hoffentlich all Ihre Fragen klären können. Bitte schreiben Sie uns außerdem, wenn Sie unseren Experten oder mich schlecht verstehen. Auch da versuchen wir dann gegenzusteuern. So, Herr Schriek, dann würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit mehr und ich übergebe das Wort an Sie. Ja, hervorragend. Los geht's. Mein Monitor übertragen. Ich starte jeden meiner Vorträge tatsächlich mit einem Bild von zu Hause. Ich wohne in Wittün auf Amrum, einer kleinen Nordseeinsel. Und warum mache ich das einerseits, damit man sich entspannen kann? Beim Trading ist das wirklich auch Grundlage. Wenn man ein Landschaftsbild sieht, bei den meisten zumindest von uns ist das so, wird das Ganze ruhiger. Das Nervensystem fährt schon mal einen Schritt tiefer und das Ganze kann uns beim Trading natürlich auch nützlich sein. Dieses Bild hat zusätzlich noch eine besondere Bedeutung. Es ist der letzte Sonnenuntergang im letzten Jahr. Und das soll uns daran erinnern, dass wir tatsächlich auch Dinge verändern können, wenn wir sie angehen. Und beim Trading ist es vor allem wichtig, Dinge anzugehen aus dem ganz simplen Grund, weil die Fehler, die wir machen und vor allem die Fehler, die wir wiederholen, oftmals Spuren in, ich sag mal Körper, Geist und Seele hinterlassen, aber vor allem finanziell richtig wehtun können. Und das liegt in der Natur der Sache, dass wir manche Dinge wiederholen, beispielsweise im Tagesablauf, zum Beispiel Zähneputzen, Essen, eben aber auch Schlafen und dergleichen. Und beim Trading, wenn wir einmal einen Weg eingeschlagen haben, der vielleicht nicht so wirklich gut war, dann, und das ist oft menschlich natürlich, wir hatten vor 50, 60 Jahren nicht die Möglichkeit, diesen Börsenhandel, wie wir ihn heute betreiben, so durchzuführen. Und von daher ist das eine Geschichte, die wir erst nach und nach lernen können und auch müssen. Und wir haben im Wesentlichen auch keine Vorbilder. Und das ist etwas, was uns fehlt. Und deswegen orientieren wir uns natürlich auch erstmal natürlich an dem, wie wir es selber hinbekommen. Und dann suchen wir auch Orientierung im Außen. Und worum es heute geht, im Wesentlichen, ich habe mir ein paar Punkte rausgepickt. Ich könnte Stunden und Wochen über dieses Thema sprechen, durch eigene Erfahrungen, durch Erfahrungen mit Klienten. Letztlich geht es darum, sich selber zu begreifen und das in passendem Kontext auch an den Finanzmärkten umzusetzen. Ich beginne mal heute mit dem Thema Trading-Verhalten von Mitläufern und Mustertradern. Mustertrader kann man gleich doppeldeutig sehen. Einerseits jemand, der musterhaft tradet, andererseits aber auch jemand, der Muster, also sprich Charttechnik. Im weiteren Sinne alles, was mit technischer Analyse zu tun hat, tradet. Dann die Grundlage vielleicht, warum manches eben auch nicht so ganz so klappt. Das haben die Väter der Behavioral Finance herausgefunden, Kahnemann und Tversky. Und ich sage immer, die Mutter der klassischen Behavioral Finance-Fallen ist der Dispositionseffekt. Und den schauen wir uns etwas genauer an. Und dann werden wir noch auf weitere Finanzfallen blicken, die ich in heutiger Zeit vor allem für gravierend halte, weil sie eben nicht in den 70ern und auch 80ern des letzten Jahrhunderts schon klassisch beschrieben wurden, sondern sie sind ein Stück weit auch dazugekommen durch eben Zeiterscheinungen. Wir werden gleich sehen, worum es geht. Ein Satz, den die meisten von Ihnen wahrscheinlich kennen, ist Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen. Und ich sage immer, das ist einer der blödsinnigsten Börsenweisheiten, die es gibt. Dann rumort es immer im Raum, im Saal, all danach, wo ich bin, weil jeder sagt, na, das ist doch wichtig. Und ich sage, das ist ein ganz gefährlicher Satz, weil bei diesem Satz was fehlt. Wenn ich das umsetze und unsere Gehirne setzen meistens die Dinge heutzutage schnell und eins zu eins um, dann heißt Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen, dass ich auf der einen Seite einen Stop setze. Wir haben hier einen Chart vom Minidux aus dem vorletzten Jahr und wir sehen hier, dass ich hier oben einen Kreis gemacht habe mit einem weißen E und da der dunkel ist, ist das ein Einstieg auf der Short-Seite. Das heißt, wir setzen auf fallende Kurse und weil wir gelernt haben, Stops zu setzen, platzieren wir darüber einen Stop. Das macht er auch aus dem ganzen Chart, ich habe hier bewusst einen großen Ausschnitt, damit jeder was sehen kann, gezeigt. Und wir waren auf der Short-Seite unterwegs und wenn man es genau umsetzt, wie es da steht, Gewinne laufen lassen, dann geht man mit diesen ganzen Gewinnen die ganze Zeit, Markt fällt, fällt, fällt. Irgendwann so nach 13 Uhr hat er sein Tief erreicht und dann steigt er wieder und letztlich werden wir ausgestoppt. Das ist im klassischen Sinne, Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen. Einfach das, wir setzen einen Stop, wir haben aber kein wirkliches Gewinnziel und das ist ein Grund, warum, obwohl das Marktgefühl vorhanden ist, ich steige auf der richtigen Seite des Marktes ein, ich setze einen Stop, ich mache vieles richtig, ich habe sogar hier möglicherweise aufgrund der Chart-Technik, von dem, was wir jetzt auch gerade gar nicht mehr sehen, eine gute Chance, weil das tatsächlich das letzte oder höchste Hoch in dem Augenblick im ganzen Verlauf war und es ist alles wunderbar. Aber was fehlt? Ich frage mich die ganze Zeit während des Trades, wo steige ich eigentlich aus? So lange, bis ich dann letztlich in den Stop laufe. Das ist etwas, was im wahrsten Sinne des Wortes diese Börsenweisheit bedeutet und wir müssen eine Regel finden, die heißt, Gewinne laufen lassen bis, wir brauchen dann eben ein Ziel, ein Gewinnziel und Verluste begrenzen. Mit dem NanoTrader von via Self-Invest kann man das relativ einfach machen. Man kann beispielsweise, ich habe das hier mal nur angedeutet, man muss also dieses Verhalten als Mitläufer, was an sich erstmal eine gute Geschichte ist, muss man transformieren, indem man sich überlegt, wo ist denn mein Gewinnziel, nicht nur wo ist meine Risikobegrenzung und ich habe mal zwei Beispiele mitgebracht, was man machen könnte. Man könnte einen gleitenden Durchschnitt da reinlegen und ich habe es hier nur skizziert, zehn Punkte oberhalb dieses Durchschnitts lasse ich einen Stop nachlaufen und man sieht hier Einstieg an der gleichen Stelle, aber Ausstieg eben nicht in den Stop gelaufen, sondern hier bei A wie Ausstieg und das sind dann schon ein paar Punkte, die ich aus dem Markt mitnehmen kann. Eine andere Möglichkeit ist, ich kann mit einem Trading Stop da rangehen. Ich habe hier einen von 30 Punkten gewählt und jeder weiß, er läuft halt mit dem Markt mit. Solange wir hier kein weiteres Tief haben, bleibt er hier relativ stabil und wir kommen ein paar Punkte besser sogar als bei der eben gezeigten Geschichte heraus. Das heißt also, wenn ich Marktgefühl habe, muss ich mich wirklich um beide Seiten kümmern. Ich brauche ein Ziel, was bestenfalls auch Chart-technisch oder anhand der Volatilität festgemacht wird und auf der anderen Seite brauche ich aber auch eine Risikobegrenzung, die angemessen ist und bestenfalls ist mein Gewinnziel ein bisschen weiter vom Einstieg entfernt als mein Risiko, was ich gewählt habe. Eine andere Geschichte, jeder der auf diesen Chart guckt, hat vielleicht direkt eine Meinung dazu. Und auch das ist etwas, worüber man wirklich nachdenken kann. Wenn ich hier rausgehe heute Abend und sage, jedem hier diesen Chart zeige, dann wird der ein oder andere vielleicht gar nicht wissen, was es ist. Weil er sagt, oh, da sind hier irgendwie weiße Rechtecke und schwarze und da ist irgendwas dran gemalt. Oben sind dann noch Striche und unten. Und jeder, der aus der Branche ist, weiß natürlich und jeder, der tradet, das sind natürlich Kerzen, die ihre Bedeutung haben. Und man hat hier ein Stück weit den Mini-DAX eben vom gleichen Tag auch da wiedergegeben. In diesem Fall 10-Minuten-Kerzen. Aber was passiert, wenn wir auf so etwas gucken? Wir bilden uns eine Meinung und die Frage ist, ob diese Meinung immer zielführend ist. Und natürlich hier im Nachhinein kann man relativ einfach sehen, man könnte das für einen doppelten Boden halten. Denn Chart-technisch würde man das vielleicht so handeln, dass man sagt, doppelter Boden, oben eine Signallinie. Das könnte man einzeichnen und dann gucken, wo man einsteigt. Die Frage ist, ob man damit erfolgreich sein kann, ob man nicht vielleicht auch schon in der Nähe des sich ausgebildet habenden zweiten Bodens einsteigt, um ein besseres und um darauf zu spekulieren, dass es sich hier vielleicht um einen doppelten Boden handeln wird. All das kann man diskutieren. Aber letztlich ist bei einem Chart wie diesem der Kurs, der gerade aktuell ist, und das ist in diesem Fall der von 21.50 Uhr, der entscheidende, dass ich sage, wenn ich dieses weiter traden will, dann muss ich auf die jetzige Situation gucken. Und vieles im Nachhinein rede ich mir, und da gibt es etliche Beispiele für, schön oder man hätte sehen können, und all diese Sätze gibt es natürlich, die oftmals gar nicht weiterbringen. Das heißt, wenn ich Muster trade, muss ich mein Muster auch ganz klar bestimmen, was ist denn das Muster, wie ist es charakterisiert. Ist es einfach, dass es irgendwo mal an den Boden tippt, oder sind es vielleicht zehn Kerzen, die mindestens einen Boden ausmachen müssen. Das heißt, ich brauche für meine Art von Trading ganz klare Regeln, und wenn ich beispielsweise Muster trade, eben auch dann, dass ich sage, hier genau ist der Einstieg, da ist der Ausstieg mit der und der Order. Das heißt, es muss eine gewisse Klarheit sein, dass im Prinzip diese Handlungsanweisung auch jeder andere umsetzen können müsste. Kostspielige Fettnäpfchen sind natürlich Herausforderungen für Trader, und neben den klassischen Behavioral Finance-Fallen, die umfassend beschrieben sind, die in den 70ern und 80ern des letzten Jahrhunderts untersucht wurden, gibt es noch weitere. Und ich drösel das jetzt mal Stück für Stück auf, wir beginnen mit der klassischen, ich sage mal an der Stelle immer, der Mutter der Behavioral Finance-Fallen, und die geht tatsächlich auf die Untersuchungen von Kahnemann und Tversky zurück. Der eine davon hat auch den Nobelpreis bekommen für diese Geschichten, der andere war da schon verstorben, und das Ganze findet man unter dem Titel und die Prospect-Theorie, mal mit C geschrieben, mal mit K geschrieben, und wesentlicher Inhalt bei dieser Geschichte ist diese sogenannte Wertfunktion. Ich will kurz erklären, was es mit der auf sich hat. Stellen Sie sich vor, Sie steigen hier am Koordinatenursprung in eine Position ein, Sie eröffnen beispielsweise, Sie kaufen eine Aktie für egal welches Volumen, und nach kurzer Zeit steht Ihre Position mit 1000 Euro, hier einfach als Beispiel, im Gewinn. Sie freuen sich, haben diesen Buchgewinn noch nicht realisiert, sondern sehen einfach, naja, 1000 Euro sind dazugekommen. Die Freude ist hier grün abgetragen, das ist der gefühlte Gewinn. Auf der anderen Seite kann es natürlich genauso passieren, dass Sie auf der Verliererseite sich einfinden, die Aktie verliert 1000 Euro, und Sie sehen, die Freude ist nicht ganz so groß, das heißt, Sie sind eher ärgerlich, vielleicht auch wütend, vielleicht haben Sie auch Angst, dass mehr Geld verloren geht, und Sie sehen hier, und das ist das Entscheidende in dieser Grafik, dass die Freude vielleicht ein halb so groß ist wie der Ärger oder dieses Gefühl, was Sie haben, wenn Sie etwas verlieren. Diese unterschiedliche Gefühlslage trotz gleichem Betrags sorgt leider dafür, dass wir unglückliche Trading-Entscheidungen fällen. Nun kann man sagen, ja, wir lernen doch dazu, wir sind doch intelligent. Ist das eine dennoch nicht ganz so einfach umzusetzen, weil wir als Menschen so funktionieren. Das heißt, letztlich wird der Gewinn und Verlust ein Stück weit auch durch die Bewertung und das Festlegen des Bezugspunkts, was ganz oft der Einstieg ist, festgelegt. Aber wie geht das weiter? Stellen Sie sich vor, diese 1000 Euro könnten auch 2000 Euro werden. Einfach deswegen, weil es der Markt hergibt, weil es charttechnisch auch Sinn macht, in der Position zu bleiben. Viele würden aber trotzdem an diesem ersten Punkt aussteigen. Warum? Weil die Freude groß ist. Ich habe hier einen Smiley dazu gemalt, und man sieht, dass die Fläche für die Freude, die für den zweiten Tausender dazukommt, hier hellgrün gezeigt, viel kleiner ist als die davor. Das heißt, viele nutzen die erste Chance auszusteigen, den Gewinn mitzunehmen. Und auf der anderen Seite, obwohl es vielleicht noch möglich wäre, diese weiteren Tausender, stellvertretend für den Betrag, für den Ihre Position steigt. Ich habe jetzt mal plakative Zahlen genommen. Das können auch 10, 20 und 30 Euro sein, und natürlich auch in anderen Währungen. Und Sie sehen, dass die Freude über den dritten Tausender möglicherweise noch geringer ist. Das heißt, der gefühlte Gewinn zum tatsächlichen Gewinn, da ist eine Diskrepanz. Man realisiert seinen Gewinn möglicherweise zu früh, weil man eben dann auch eine Abneigung gegen Verluste hat. Man kann eben nicht mehr verlieren, wenn das Geld auf dem Konto ist, und man die Position dargestellt hat. Andererseits befriedigt man sein Gefühl nach Sicherheit. Und so kurios es ist, obwohl wir vielleicht viele von uns sehr gerne traden, wir haben letztlich doch eine Abneigung gegen Risiko. Wenn man sich die andere Seite betrachtet, die 1.000 Euro, die haben richtig geschmerzt, und jetzt sieht man, dass die zweiten 1.000 Euro gar nicht mehr so sehr schmerzen. Und das ist etwas, was fatal ist für unser Konto, wenn wir keine Stops gesetzt haben, wenn wir keine Strategie haben, in der wir möglicherweise bei einem Drawdown erst mal Pause machen. Denn die Folge ist, auch aufgrund dieser Grafik, dass wir Verluste aussitzen, weil wir einerseits überhaupt die Abneigung haben, Verluste zu machen. Wenn wir sie aussitzen, haben wir sie real noch nicht gemacht. Der Schmerz ist noch nicht da. Wir können aber auch nicht bedauern, dass wir uns geirrt haben, denn vielleicht steigt es ja wieder. Und auf der anderen Seite kommen noch Stolz und Selbstüberschätzung dazu, das vor allem ein Thema der männlichen Trader ist. Dazu gibt es auch gute Studien. Um es weiter auszuführen, man sieht hier, ich habe es jetzt noch mal grafisch gezeigt, hier anhand der Balken, was es bedeutet, den zweiten Tausender, dritten Tausender auf der Haben-Seite zu haben. Und dann sieht man auch beim Verlust, sieht das ja das Ganze so aus. Und jeweils die Pfeile symbolisieren die Diskrepanz von Gefühl zu tatsächlichem Gewinn beziehungsweise Verlust. Das heißt, wenn wir zu früh aussteigen, dann bringen wir uns um unsere Gewinne, die noch möglich gewesen wären. Wenn wir aber in einer Position drinnen bleiben und auf Katzenjammer schalten, obwohl es noch gar nicht so dramatisch ist, dann verlieren wir ein Stück weit auch unser Geld aus den Augen und es wird letztlich immer weniger. Das heißt, diese Geschichte zeigt uns, dass wir letztlich auf beiden Seiten verlieren. Und das ist etwas, was wir alle verinnerlichen müssen, eine ganz wichtige Geschichte. Das Ganze nennt man Dispositionseffekt. Und nun kann man sagen, naja, hat denn jeder, nein, nicht wirklich, einerseits von Mensch zu Mensch verschieden und auch vom Geldbetrag abhängig. Und man, viele Studien zeigen auch, dass reiche Menschen, was auch immer reich sein mag, niedrigere Dispositionseffekte aufweisen als arme. Ebenso Menschen mit Berufen, die höhere Bildungsgrade oder Expertenwissen verlangen. Und darüber hinaus hängt es aber auch damit zusammen, wie häufig ich das mache. Also bin ich bereit, einen Gewinn auch mal laufen zu lassen, bis ich mein Ziel erreicht habe? Und gehe ich tatsächlich an der Stelle raus, wo ich meinen Stopp gesetzt habe? Wenn ich das übe, baue ich diesen Effekt, dass ich mich an beiden Seiten letztlich beschneide, relativ schnell ab. Und es gibt auch 20% der Menschen, die das überhaupt nicht haben, die das direkt können. Aber letztlich führt regelmäßiges Trading, also Üben, auch zur Auflösung dieses Effekts. Und das ist natürlich was, was für uns alle erstrebenswert ist. Nun, dieser Dispositionseffekt nimmt auch mit dem Alter ab. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja okay, das ist dann wohl möglicherweise auch auf Erfahrung zurückzuführen. Mitnichten an dieser Stelle. Auch dazu sehr spannende Studien. Hier wurde zum Beispiel gefragt, 20 Euro jetzt oder 50 in einem Monat. Und in der Regel werden Sofortbelohnungen bevorzugt. Das würde auch mit dem einhergehen. Man nimmt lieber jetzt die 20 Euro. Wer weiß, was in einem Monat ist. Ob man die 50 Euro bekommt. Ob die Person sie dann überhaupt noch hat. Aber das Entscheidende ist, dass man gesehen hat, dass jüngere Menschen eher dazu tendieren, diese Sofortbelohnung zu bevorzugen. Und dass man aber mit zunehmendem Alter auch sehen kann, dass man eher geduldig ist oder eher dann eben auch auf diese 50 Euro warten würde. Das Entscheidende ist aber, dass es damit zu tun hat, dass wir im Gehirn Bereiche haben, die bei jungen Menschen noch nicht so sehr miteinander verbunden sind. Bei älteren schon. Und dadurch unterschiedliche Ergebnisse zustande kommen. Und von daher, und ich zeige gleich noch ein Beispiel, ist es ganz wichtig, auch sich mit dem Thema Hirnforschung zu beschäftigen. Denn an der Stelle werden wir möglicherweise Opfer, an der Stelle unseres eigenen Alters, was einerseits interessant ist, andererseits aber auch, wenn wir es wissen, wir vielleicht aktiv auch durch Trading-Instrumente, seien es Gewinnziele, die wir direkt reinsetzen, sei es alles, was man in diesem Bereich eben machen kann, auch dann nutzen. Die Möglichkeiten, in Fallen zu tappen, ist riesengroß. Ich habe hier ein paar Beispiele mitgebracht, die sind alle in englischer Sprache bewusst, weil man sie eben unter diesen Begriffen wunderbar im Internet findet. Zu jedem findet man da was und man unterscheidet letztlich die kognitiven Fallen, also die mit dem Thema Geist zu tun haben und eher die emotionalen Fallen. Und die gravierenden sieht man hier zum Beispiel die Overconfidence, den Overconfidence-Bias, das ist die Selbstüberschätzung. Auf der anderen Seite, aber auch, wir haben es eben schon gehört, hier unten in orange, die Regret-Aversion, das ist eben das Bedauern, sich geirrt zu haben und dann zu verlieren und genauso wie die Verlust-Aversion, hier Loss-Aversion-Bias. Wer die Übersetzung gerne nachlesen mag, ich habe auf meiner Webseite jeweils die Übersetzungen und diese Dinge leiten sich, beziehungsweise diese Fallen leiten sich vielfach eben auch aus dem eben Gezeigten ab. Ebenso die Art, hier diese Geschichte, Illusion of Control, eine ganz wichtige Geschichte oder aber auch, dass man gerne sich bestätigt sieht in dem, was man gerade handelt. Ich habe es gerade gestern im Webinar gesagt, Long und Short, das ist zwar eine Polarität, also ich muss mich für Long oder Short entscheiden, aber letztlich ist es auch eine Realität und die Frage ist, ob ich nicht tatsächlich meine Meinung ändern kann, wenn ich sehe, die Märkte fallen, muss ich dann unbedingt weiter an meiner Idee von steigenden Kursen, also einer Long-Position festhalten oder kann ich nicht einfach auch dem Fluss des Marktes, der Bewegung des Marktes, möglicherweise sogar des Trends folgen. Neben diesen Fallen, diesen klassischen Fallen, gibt es einige Fallen, die ich für mich für mindestens so wichtig halte und die im letzten Jahrhundert, in den 70ern gar keine große Rolle spielte. Das Trading war anders. Es ist wahr, man ging zur Bank, man möglicherweise zu Zeiten des Faxes sendete man einen Fax, man telefonierte, die Kommissionen waren sehr viel höher, man hat sich möglicherweise auch überlegt, ob man dann vielleicht die eine oder andere Position tatsächlich öffnet. Das ist heute natürlich alles von zu Hause erledigbar und was man immer wieder in der Trading-Branche sieht, die sogenannten Vorbilder und ich sage immer, Vorbilder gibt es an der Stelle nicht, denn wir können nur unser eigenes Trading entwickeln. Wir können uns immer ein bisschen Inspiration holen, das ist es aber. Niemand, und das liegt ein Stück weit daran, dass unsere Gehirne unterschiedlich funktionieren, kann letztlich den Trading-Stil eins zu eins noch nicht mal im Seminar dem Vortragenden nachtraden. Da fehlen manchmal Punkte und Pips, weil man schneller oder langsamer ist, weil man es eben nicht so wahrnimmt. Das heißt, Vorbilder im klassischen Sinne gibt es nicht. Für Trader eine weitere Herausforderung sind natürlich die sozialen Kontakte. Das ist anders als in der Firma, wo man sich mal eben zum Kaffee am Kopierer treffen kann oder eine kleine Raucherpause macht, was auch immer. Trader sind ein Stück weit auf sich allein gestellt und müssen sich immer wieder mit ihren eigenen Tunen, also dem, was sie traden, Gewinne, Verluste erwirtschaften, damit umgehen. Das sind Dinge, da muss man sich mit auseinandersetzen und ganz ehrlich, der Trading-Kumpel ist oft keine Hilfe. Sehe ich immer wieder, dass wenn sich zwei, die es nicht wirklich können, miteinander verbinden, da oftmals nichts Besseres rauskommt. Das sind einfach Erfahrungen, die ich über viele Jahre auch mit Klienten gemacht habe. Das ist oft keine große Unterstützung. Und ein weiterer Punkt, den es auch vor 30, 40 Jahren überhaupt noch nicht gab, ist diese Art von Finanz-Entertainment, die es heutzutage gibt. Und Finanz-Entertainment lenkt tatsächlich ab. Ich habe diesen Begriff vor einer Zeit geprägt, weil es einfach wichtig ist, uns mal bewusst zu machen, wie viel Zeit wir auch mit dem Thema Finanzen, Finanz-Entertainment, aber auch natürlich zu gucken, wie steht es um unsere Positionen. Wir haben technische Möglichkeiten. Wir haben immer unsere Bank quasi dabei. Und das sind Dinge, die uns natürlich auch Zeit, oft auch Geld rauben, aber vor allem an unseren Nervenkostüm nagen. Und da lohnt es sich auch mal zurückzuschalten, auch mal zu überlegen, brauche ich diesen oder jenen Newsletter? Hilft mir das weiter, was ich da tue? Baut das vielleicht auch Druck auf, was ich da lese? Und das sind Dinge, die ich immer wieder in den Fokus nehme. Und unser Leben ist schnelllebig. Wir können Informationen überall beziehen. Und wir haben natürlich da vielfältige Möglichkeiten. Und da heute mal habe ich als Frage mitgebracht, als kleine Umfrage, wie viel Zeit verwenden Sie täglich für die Beschäftigung mit Finanzinformationen? Das ist übrigens auch eine Frage, die ich in meinem Buch gezeigt habe. Ich würde bitten, dass diese Umfrage kurz geschaltet wird. Die Antworten sind bis 30 Minuten, 30 bis 60 Minuten pro Tag oder mehr als 60 Minuten pro Tag. Und damit ist gemeint, mit Beschäftigung mit Finanzinformationen, erstmal allgemein, Printmedien, Newsletter, Radio, Fernsehen, Finanzportale, aber auch Live-Veranstaltungen wie diese, Seminare, überhaupt alles, wo man sich mit dem Thema Finanzen auseinandersetzt. Und ich bin gespannt, was das Ergebnis ist. Wir lassen das vielleicht noch mal einen Augenblick laufen. Ich gehe schon mal einen Schritt weiter und frage einfach mal, ja, was haben wir von diesen Informationen? Und eine Falle ist letztlich auch Überbewertung von Finanzinformationen. Wir können oft gar nicht prüfen, ob sie richtig ist. Wir können sie manchmal zeitlich gar nicht einordnen. Wir wissen nicht, ob sie vielleicht schon ein paar Stunden alt ist und eingepreist ist. Und die Frage ist, was ist nützlich an diesen Informationen? Entertainen tun viele davon. Also es gibt viele schlüssige Geschichten, die ich auch gerne lese. Aber kann ich damit Geld verdienen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich mich immer fragen muss. Mache ich das, um Geld zu verdienen oder mache ich das, um Spaß zu haben, Unterhaltung zu haben oder auch was zu lernen? Aber eben dann abgekoppelt von dem finanziellen Aspekt. Und dann ist auch die Frage, wie verfügbar ist Information? Ist das Information, die uns allen gleich verfügbar ist? Kommt die bei uns allen über einen Ticker rein? Weil wir haben ja tagsüber oft auch viel zu tun. Wir gehen vielleicht einer Tätigkeit nach, wo wir vielleicht auch mit Verzögerung diese Informationen bekommen. Und vielleicht nehme ich sie auch gar nicht wahr. Und dann ist die Frage, was macht das mit mir? Jede Information muss ja auch verarbeitet werden. Und es gibt zwei Italiener, die haben vor einer Zeit das Thema untersucht und sie haben festgestellt, dass die Beschäftigung mit Finanzinformationen nicht zu besserer Ertragskraft führt. Das heißt, letztlich setzen wir Zeit ein, die möglicherweise besser eingesetzt wäre oder aber auch die Beschäftigung da um zum Informationen sammeln. Die sollte man auf jeden Fall natürlich auch begrenzen. So, vielleicht gucken wir mal, was die Umfrage ergeben hat. Ich würde mich freuen, wenn Sie mal kurz sagen, wie es aussieht. Ja, Herr Dr. Schriek, das mache ich doch gerne. Viele haben abgestimmt. Sie hatten jetzt ja auch ausgiebig Zeit. Falls Sie noch nicht abgestimmt haben, liebe Teilnehmer, jetzt die letzte Chance. Ich schließe jetzt die Umfrage. So, und das Ergebnis möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Die Mehrheit beschäftigt sich, knappe Mehrheit würde ich sagen, ist eigentlich ziemlich ausgeglichen. 30 bis 60 Minuten sagen 38 Prozent. 30 Prozent sagen bis zu 30 Minuten, das kommt schon hin und mehr als 60 Minuten dafür haben 32 Prozent abgestimmt. Herr Schriek, hätten Sie das so erwartet? Naja, ich habe diese Umfrage auch bevor ich mein Buch geschrieben habe, Es ist da auch sehr ausgeglichen. Da ist die höchste Quote, ich glaube, bei 38 Prozent bei den über 60 Minuten. Ich habe es erwartet. Ich finde es auf der anderen Seite trotzdem erschreckend, wie viel Zeit wir tatsächlich einsetzen, ohne dass wir wissen, ob das uns wirklich auch einen finanziellen Nutzen bringt, die wir auch vielleicht für unsere Liebsten oder für unsere Gesundheit einsetzen können. Also, das Internet macht es möglich und in Zeiten, in früheren Zeiten haben wir unsere Zeit anders genutzt und ich glaube, wir haben finanziell nicht schlechter dargestanden, als wir das heute stehen, wenn wir unsere Geldanlage oder eben auch unser Trading betreiben. Es gibt einige Fallen, in die man auch da tappen kann. Das sind Empfehlungen, Empfehlungen von Banken, Empfehlungen von Journalisten und Analysten und man muss immer gucken, wie viel Eigeninteresse ist dabei. Banken bauen gerne auch Positionen ab oder auf, wenn sie Empfehlungen aussprechen. Journalisten sind möglicherweise, sie dürfen es natürlich nicht, auch investiert, auch das kann passieren und die Frage ist immer, aufgrund welcher Analyse das dann bei Analysten der Fall ist, dass das zum einen oder anderen Ergebnis kommt, aufstocken oder Positionen vielleicht glattstellen oder vielleicht auch etwas kaufen. Trading ist ja ein virtuelles Geschäft mit virtuellen Ergebnissen und da liegt der nächste wirklich große Knackpunkt und darüber hat man vor vielen Jahren gar nicht nachgedacht. Da musste man tatsächlich noch in die Bank gehen, mit dem Bankberater sprechen oder eben das eben beschriebene, in jedem Fall musste man Kontakt aufnehmen mit der Bank und dieser Prozess ging auch nicht innerhalb von Sekunden, sondern dann wurde die Order an der Börse platziert, das hatte alles ein gemütliches Vorgehen. Ich gehe deswegen auf diesen Punkt ein, weil er mich lange schon beschäftigt hat, weil ich finde, dass dieser Handel natürlich wunderbar schnell für uns erfolgt, wir können schnelle Entscheidungen fällen, wir kommen vielleicht auch zu guten Ergebnissen, aber sie bleiben trotzdem virtuell. Sie sind nicht fassbar, sie sind nicht sichtbar und es ist anders, wenn ich eine Kuh gegen drei Schafe tausche und da kann ich sagen, es ist ein faires Geschäft oder auch nicht, ich könnte noch ein viertes Schaf verlangen, ich kann aber auch sagen, ich tausche die Kuh gegen Geld, wenn keine Schafe vorhanden sind, ich aber Schafe brauche, dann kann ich sie mir kaufen und umgekehrt geht das natürlich auch so. Beim Traden ist das natürlich vielleicht nicht ganz so, denn diese Tauschgeschäfte machen zwei Menschen glücklich. Wenn ich jetzt übertreibe, sage ich, der eine ist short, der andere ist long, einer davon wird vielleicht nicht so glücklich dreinschauen und das sind Geschichten, die äußerst wichtig sind. Wir haben keinen Zugriff auf das Geld. Ob es jetzt 500 Euro auf dem Konto sind, 5.000, 50.000 oder 500.000, das ist weit weg und das mag dem einen oder anderen heute vielleicht nicht so, naja, es ist halt so mit dem Geld, ja, dennoch Trading kann dazu führen, dass sich manche Dinge sehr schnell in die eine oder andere Richtung entwickeln und ich brauche einen Bezug dazu. Ja, wenn ich, wenn ich jemandem, ich sage mal, gegenüberstehe und der mir unangenehm ist, dann spüre ich das auch und dem kann ich ausweichen, da habe ich einen realen Bezug zu. Wenn ich aber jetzt Hunderter um Hunderter oder Tausender um Tausender verliere, je nach Kontogröße, dann mag mir das erst gar nicht so gravierend erscheinen, aber ich sehe nur abends auf dem Konto und mit dem eben gezeigten der klassischen Falle, vor allem wenn es weniger wird, dann geht es auch irgendwann in eine, naja, jetzt ist es auch egal Haltung über und das ist ein schwieriger Aspekt. Deswegen frage ich oft auch beim Coaching, naja, wie machst du deine Trading-Ergebnisse sichtbar und eine Methode, die ich für sinnvoll halte, ist Stellvertreter dafür zu haben für Geld und beispielsweise Bauklötze. Es ist wichtig, dass sie viele Bauklötze haben am Anfang, natürlich um die Depotgröße zu zeigen und dann natürlich auch, dass es noch wachsen kann, also immer noch ein paar Steine, bestenfalls viele, in petto haben und man kann also zum Beispiel diese Bauklötze auf seinen Schreibtisch legen oder seine Trading, seinen Trading-Desk und wenn es immer weniger werden, dann hat man schon mal was, wo man da anders drüber nachdenkt, als wenn das auf dem Konto ist. Man kann aber auch immer wieder von seinem Konto was abschöpfen, von seinem Trading-Konto auf sein persönliches Konto, beispielsweise mit dieser Zahl 777,77 Euro. Warum? Weil man die auf jedem Kontoauszug sieht und man sich letztlich auch seinen Verdienst fürs Trading auszahlen kann und vielleicht noch interessanter, eben auch sich Geld auf den Tisch zu legen. Viele sagen vielleicht, ja, auf den Tisch ist vielleicht nicht so gut, aber tatsächlich hat man da einen besseren Bezug zu und das sind ganz wichtige Geschichten, dass ich einen Bezug zu meinem Geld bekomme und vor allem in dem Augenblick, wo das Geld weniger wird, da auch einschreiten kann. Eine andere Geschichte, die uns Menschen auch zum Verhängnis werden kann, ist das Verlangen nach Neurotransmittern. Was verstehe ich darunter? Spiele, Trading im Allgemeinen können uns auch glücklich machen. Also Spiele um Geld, kennt man vielleicht auch vom Roulette oder Blackjack, aber natürlich auch vom Trading, können glücklich machen. Warum? Weil Substanzen in uns ausgeschüttet werden, die zu unserem Glück beitragen und eine von diesen ist Dopamin. Das läuft quasi von alleine, wenn wir uns freuen oder auch wenn wir lernen, das ist ein Lernverstärker, wenn wir was begriffen haben, dann kommen wir in die Situation, dass Dopamin ausgeschüttet wird und wir freuen uns vielleicht. Nun hat man vor langer Zeit eine Studie gemacht und hat beispielsweise, so wie Sie, die heute alle zuhören, jedem links und rechts einen Schlauch, einen kleinen Schlauch mit Wasser und Orangensaft in den Mund gesteckt. Und was hat man gemacht? Man hat nach und nach jeweils immer zehn Sekunden Pause dazwischen immer ein paar Milliliter Wasser und Orangensaft und das Ganze im Wechsel demjenigen oder derjenigen halt in den Mund gespritzt. Dabei hat man die Dopamin-Ausschüttung gemessen und was hat man festgestellt? Zu Anfang war dieses Spiel sehr überraschend und interessant. Die Dopamin-Ausschüttung war hoch und nach kurzer Zeit hatte jeder sofort begriffen, was jetzt passiert. Das ist etwas, wenn man beispielsweise sehr strukturiert tradet. Man hat einen Plan, man hat eine Regel, man hält sich dran. Auf der Dopamine-Ebene gibt das nicht wirklich eine größere Belohnung. Anders ist das, wenn man das Ganze verändert und zwar so, dass man sowohl die Abfolge von Wasser und Orangensaft, Wasser sind hier die dunklen Rechtecke, wie auch den zeitlichen Ablauf zwischen den jeweiligen Darreichungen von Wasser oder Orangensaft gibt, dass man dann an der Stelle eben sieht, hier zweimal Wasser, dann viermal Orangensaft und auch die Sekundenabstände sind deutlich unterschiedlich. Was passiert? Wir kommen in die Situation, dass relativ viel Dopamin ausgeschüttet wird über den gesamten Versuchszeitraum, weil wir einfach nicht wissen, was passiert. Das ist letztlich ein Stück weit auf die Finanzmärkte übertragbar. Wenn ich auf skurrile Weise, intuitiv, lustig vor mich hintrede, möglicherweise mal mit großem Risiko, mal mit kleinem Risiko, mal mit diesem Schein, mal mit jenem und auch noch die Märkte wechsle, dann habe ich Abwechslung und diese Abwechslung sorgt dafür, dass ich auf der Dopaminebene eine Belohnung bekomme, mich gut fühle, vielleicht Spaß dabei habe, möglicherweise aber den finanziellen Aspekt außer Acht lasse. Diese ist eine der wichtigsten Geschichten, die es überhaupt gibt, denn wir können das nicht steuern. Das ist etwas, was menschlich letztlich ist und wir haben eine besonders hohe Dopaminer Schüttung bei Vorhersagen unter Risiko und Unsicherheit. Das ist letztlich Trading. Aber je aktiver das Belohnungssystem ist, desto weniger Kopfentscheidungen haben wir und das ist eine Geschichte, die uns auf der Neuroebene doppelt wehtut, denn einerseits sorgen wir vielleicht dafür, dass, nehmen wir an, wir verlieren, ohnehin schon der Dopaminspiegel runter geht, weil die Stimmung fällt, andererseits aber auch zusätzlich noch Geld verlieren. Aber um dieses Belohnungssystem, das heißt die Aktivierung beziehungsweise Dopaminausschüttung zu befördern, zu beeinflussen, brauchen wir letztlich eine ständige Aktivierung. Die aber, und das kann man mit Sport vergleichen, jemand der am Anfang vielleicht 10 Kilo Gewichte stemmen kann, schafft vielleicht nach ein paar Wochen 20, dann 30, dann 50, vielleicht irgendwann 80 oder 100 und so ist es hierbei auch. Das heißt, es geschieht ein gewisser Gewöhnungseffekt und das, was ich tue, muss umso skurriler werden für unser Konto möglicherweise, für das Risiko, was ich eingehe und letztlich steckt auch ein Suchtgefahr Potenzial in der ganzen Geschichte drin, weil ich unverhältnismäßige Risiken eingehen muss oder eben es übermäßig betreibe, das Trading, um zur gleichen Dopaminausschüttung zu gelangen. Das heißt, die Neurotransmitter Ausschüttung, die kann ich auf diese Weise irgendwann auch nicht mehr erhöhen und von daher ist es wichtig, dass ich mir auch darüber Gedanken mache, wie viel Trading tut mir gut, passt Trading überhaupt in meinen Tag und ist es etwas, was ich in der Sekunde sein lassen kann oder bin ich davon so fasziniert, dass ich daran festhalte. Man kann die Neurotransmitter Ausschüttung auch anders erhöhen, beispielsweise indem man Liebe empfindet oder erst Sport halten und danach traden. All das trägt auf jeden Fall auch zum Wohlgefühl bei. Die Konsequenz ist aus dieser Geschichte unter anderem das Trading, aber auch Trades ein Anfang und ein Ende brauchen. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, dass ich mir meine Trading-Zeit fixiere, um nicht in dieses Ah, den Trade könnte man auch noch machen und das Geld, das ich gerade verloren habe, das würde ich ja gern doch noch mal wieder reinholen. Das sind Dinge, die wichtig sind. Das ist genauso wie ein Spiel, im Fußball beispielsweise dauert seine 90 Minuten, danach wird abgepfiffen. Ist nicht ganz so streng zu nehmen, aber es gibt halt eine Zeit, in der das Ganze stattfindet. Das brauche ich auch, um nicht Opfer meines eigenen Neurotransmittersystems zu werden und auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig zu gucken, entwickelt sich ein Trade, so wie ich mir das vorgestellt habe, wie ich das erwartet habe, mit meinen Vorgaben von Stop und Ziel. Denn ein Trade, der vor sich hindümpelt, vielleicht über Tage, Wochen oder Monate, der kostet mich letztlich nur Zeit und Pflege, bringt mir aber kein Geld. Das heißt, theoretisch könnte ich dann auch in einen anderen Trade investieren und mir dadurch weiterhelfen. Eine ganz wichtige Geschichte und das ist eine Falle, der wir uns kaum bewusst sind und die eigentlich auch nicht wirklich irgendwo beschrieben ist. Ein Punkt, der auch wichtig ist, den davor habe ich jetzt ausgelassen, Trading als Ersatzhandlung für die Suche von etwas in mir. Das erlebe ich immer wieder bei Klienten, können, dass sie nach etwas suchen und Trading letztlich, ich sage mal, der Erfüllungsgehilfe bzw. der Weg dahin sein kann. Und das ist auch wichtig, dass ich mir darüber Gedanken mache, warum trade ich? Was ist meine Motivation? Wo will ich mit Trading hin? Habe ich ein Ziel? Habe ich ein finanzielles Ziel und habe ich auch ein Ziel, was ich mit dem Geld, was ich verdiene, dann auch anstelle? Und dann ein ganz wichtiger Punkt ist die sogenannte Anleger-Mentalität. Wir müssen unterscheiden, dass Trading und Geldanlage etwas ganz anderes ist. Viele von uns sind mit Geldanlage aufgewachsen. Viele von uns, die heute auch zuhören haben, auch das Nachkriegsdeutschland in der einen oder anderen Weise erlebt. Nicht unbedingt als Kinder, aber vielleicht hat man Verwandte, die in der Zeit aufgewachsen sind und dort hat man, man kennt das von früher, Weltspartag, man hatte eine Spardose, das ging nicht mit App, dass man Geld überweisen konnte, sondern man hat sich ganz anders mit dem Thema Geld auseinandergesetzt und das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist, dass wenn man aus dieser Anlegerschiene kommt, sich beim Traden ganz anders verhalten muss, unter anderem, dass man vielleicht auch auf der Short-Seite unterwegs ist und da gibt es immer wieder Menschen, die zu mir auch sagen, also das geht gar nicht gegen ein Unternehmen traden und da sage ich ganz simpel, ich lebe an der Küste, wir haben Hochwasser und wir haben Niedrigwasser und wenn Wasser da ist, kann ich baden, wenn kein Wasser da ist, überspitzt formuliert, kann ich eben nicht baden, das gleiche gilt für die Fähre, übertrieben ausgedrückt und warum nicht beide Seiten nutzen, das ist letztlich beim Traden eben auch das Besondere, wenn man sich die letzten Tage im DAX beguckt, dann konnte man ganz gut Geld verdienen auf der Long-Seite und jemand, der vielleicht als Anleger unterwegs ist, der sitzt natürlich Phasen aus, wie die, die kurz davor war, das heißt die Kurse fielen, letztlich geht es schon längere Zeit seitwärts, ist auch egal, wie wir das beurteilen, ich kann aber, wenn solche Phasen, so wie jetzt, 800, 900 Punkte sind, da kann ich mir als Trader schon erhebliches rausschneiden, sowohl auf der Long-Seite wie jetzt oder vorher auch auf der Short-Seite und Anleger müssen sich natürlich nicht um ihre Position in dem Sinne kümmern, weil sie einen anderen Horizont haben, sie sagen, ich lege das fünf bis zehn Jahre an und da entsteht schon manchmal eine enge Bindung zur Position, das kann sich ein Trader nicht erlauben, der muss tagesaktuell reagieren und das ist vor allem dann oft auch schwierig, wenn ich in meinem normalen Leben ein Mensch bin, der eher werthaltig ist, der verlässlich ist, der seine Meinung nicht so schnell ändert, sondern eben auch für gewisse Grundsätze steht und beim Traden ist da eine Flexibilität erforderlich. Das Risiko wird gelegentlich auch unterschätzt und da ist vor allem das Stichwort die Volatilität, das gebe ich wirklich jedem mit, der sich mit einem Markt auseinandersetzt, bitte immer nach der Volatilität gucken und dann in Abstimmung mit dem Anlage beziehungsweise Trading Horizont das ganze geschickt wählen und dann natürlich der Dispositions-Effekt, der bei einem Anleger gar nicht ins Gewicht fällt, denn er lässt die Position einfach laufen, auch auf der Seite, wenn er sich gerade auf der Verliererseite befindet, weil er sagt, naja, ich habe eine Perspektive von 15, 20 Jahren und wenn wir uns das angucken, dann ist es in jedem der großen Indizes, jetzt als Beispiel mal die genommen, ist es in jedem noch immer besser und höher geworden, selbst wenn da mal Phasen waren, die sich anders gezeigt haben. Und dann ein letzter wichtiger Punkt natürlich, der Mangel an Trading Praxis und Erfahrung, der vielen auch zum Verhängnis wird, ich muss das üben und da geht kein Weg dran vorbei, diese Erfahrung zu sammeln. Ich sehe heute ein DAX-Chart auch anders als vor 10 oder 12 Jahren und es macht letztlich die Erfahrung von Trading, aber auch die Erfahrung, sich das immer wieder anzugucken, so wie man auch täglich, ich gebe das auch gerne als Beispiel Zähneputz, so kann man sich auch täglich den Markt, den man vielleicht bevorzugt handelt, immer wieder ansehen. In diesem Sinne sage ich, Sie haben heute erfahren, dass erstens auch Mitläufer erfolgreich sein können, wenn Sie denn Ziele setzen, Sie vor allem Gewinnen laufen lassen sollten bis, und da braucht es das Ziel, und Verluste begrenzen, Sie durch Trading Praxis Ihren Dispositionseffekt verringern, das kommt automatisch durch die Übung und sich aus der Prospect-Theorie zahlreiche Finanzpfeilen ableiten, Sie sich vielleicht statt mit Finanzentertainment zu vernebeln, besser Ihre Gesundheit stärken, all das wäre vielleicht gut eingesetzt, wenn Sie sagen, die Stunde, die habe ich gut investiert, für das Thema Finanzentertainment, für das Thema Finanzinformation, um es allgemeiner zu halten, wunderbar, und dass Sie Ihre Trading-Ergebnisse auch sichtbar machen sollten, weil uns der Zugriff so ein bisschen fehlt, das ist ja etwas, was wir vor 20, 30 Jahren in diesem Maß noch nicht hatten, aber heute haben wir eben Möglichkeiten, ganz anders zu reagieren in Sekunden, und dass ein übermäßiges Verlangen nach Dopamin letztlich auch dazu führen kann, dass Sie einen hohen Preis zahlen. Nicht als letztes, aber dennoch hier heute als wichtigen abschließenden Punkt, und es gibt viel über dieses Thema zu sagen, auf der Neuro-Ebene, auf der Verhaltensebene, auf der Ebene der Persönlichkeit, die man selber ist, sich eben auch genau zu überlegen, ob man Geldanlage oder gerade Trading betreibt, und ich habe einige Klienten, denen das zum Verhängnis wird, die sind super Anleger, die wissen aber, Trading ist modern, das mache ich jetzt, und die kriegen den Switch nicht hin, weil sie sich auch beim Trading wie Anleger verhalten. Insofern ist das ein wichtiger Punkt, wäre auch eine interessante Frage für heute gewesen, sind Sie Geldanleger, Trading, oder eben auch beides? In diesem Sinne sage ich erst mal Danke, weise noch gern auf mein Buch hin, in dem Sie vieles von dem, was ich gerade gesagt habe, natürlich auch lesen können, viel mehr natürlich, und hier unten vielleicht noch der Hinweis, ich bin Mitglied der Akademie für Neurowissenschaftliches Bildungsmanagement, ein wichtiger Punkt, dass wir uns alle zunehmend mit dem Thema, wie kommunizieren wir miteinander, bewusst, unbewusst, was passiert da, und wie funktioniert unser Gehirn, wie entwickelt es sich, wie können wir es letztlich tatsächlich auch tunen, um den modernen Gegebenheiten von dieser Art Trading, die wir heute betreiben können, gerecht zu werden. In diesem Sinne sage ich Danke und freue mich auf Fragen. Das ist mein Zeichen. Es haben sich ein paar Fragen gesammelt. Die erste direkt an Sie, Herr Schriek. Wie ist das denn jetzt? Also einer unserer Teilnehmer fasst das, was Sie jetzt heute gesagt haben, eigentlich ganz gut zusammen und sagt, naja, also wenn er sich die ganzen Informationen anschaut, es ist alles sehr viel, es gibt verschiedene Dienste und auch viele Profitrader, die haben auch nicht mehr das Gespür für einen Anfänger. Er hat für sich beschlossen, es braucht einfach Zeit, um in das Trading, das Thema Trading einzusteigen. Was würden Sie ihm entgegnen? Ja, genau das. Es braucht Zeit, es braucht Geduld, es braucht Muße, es braucht den Raum, dass ich mich am Tag auch mal, nicht jeden Tag, aber dass ich mich zurückziehen kann, mir einen Chart ausdrucke, vielleicht von meinem Lieblingsmarkt, zu dem ich auch ein Gefühl habe, der auch eine bestimmte Taktung hat, die mir entspricht. DAX verhält sich anders als ein Euro-Dollar, der wieder anders als ein Euro-Stocks oder ein S&P 500 und dass ich mir die Zeit nehme, diesen Markt kennenzulernen und genau das ist es. Also Zeit, Geduld und das langfristig sehen, selbst wenn Trading etwas kurzfristiges in der Art der Durchführung ist, aber es langfristig betrachten, dass ich in zwei, drei oder vielleicht vier Jahren von etwas profitiere, was ich mir jetzt erarbeite. Also besser kann man es nicht ausdrücken. Sich auch tatsächlich zurücknehmen, denn viele, die sich in dem Bereich Experten nennen, deswegen bin ich bei diesem Wort immer so kritisch und sage, jeder ist sein eigener Experte und jeder hilft sich selber am besten. Das kann man zwar durch gutes Feedback von außen begleiten, aber das, was einem vorgetradet wird, das kann man nicht wirklich nachtraden. Ja, sind denn dann Börsenspiele das Richtige, um sich auszuprobieren? Da laufen ja gerade auch einige, da kann man ja auch kein reales Geld verlieren. Was halten Sie denn davon? Kommt auf das Börsenspiel an, wenn es dem, wie ich selber handeln würde, nahe kommt, finde ich super. Also nur um des Spielens willen und um des Gewinns willen, dann wäre es ein anderer Grund, aber wenn ich da mich selber wiederfinden kann, dass ich für mich üben kann, wie ich mein Trading umsetze, finde ich es gut und es ist auch sehr hilfreich, ist erst, ich weiß, die Emotionen sind natürlich ganz andere, wenn man mit Geld, mit tatsächlichem Geld unterwegs ist. Nichtsdestotrotz ist es die spielerische Art, mich dem zu nähern, genauso wie Kinder, wenn sie einen Ball haben, einfach erst mal davor treten und gucken, was passiert. Wir Erwachsene versuchen ja immer ein Stück weit sofort das Ganze ernsthaft zu betreiben und das, dem kann man letztlich so begegnen, dass man an dieser Stelle, ob jetzt Demokonto oder Börsenspiel, sich erst mal ausprobiert und guckt, was passt zu mir. Das ist genauso, wie wenn ich in Laden gehe und Kleidung anziehe, dem einen oder anderen steht ein Rock und Kleid, wieder andere bevorzugen Hosen oder eben bestimmte Farben und Stoffe und hierbei ist es genauso und vor allem das, was wir eben als Punkt schon hatten, dieses sich begrenzen, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und damit einhergehend sich eben um auch diese Zeit zu nehmen. Ja, jetzt gehen wir mal in die Zukunft. Überall, wie so oft, ist von einem Crash in nah bis ferner Zukunft die Rede, Rezession. Was raten Sie denn da aus Ihrer Perspektive? Wie behält man denn da die Nerven? Sie wissen das ja vielleicht auch, die Kurse gehen runter, man bekommt einfach Panik, das ist ja völlig menschlich. Was ist da Ihr Geheimtipp? Geheimtipp ist ja so eine Sache natürlich. Ja, mit dem Thema Crash muss man immer leben und letztlich, sage ich, wer an den Finanzmärkten zu viel Geld investiert hat, also sagen wir so, wenn es wehtut, wenn es verloren geht, der hat einfach zu viel Geld. Das heißt, ab einer bestimmten Geldmenge würde ich das Geld fixieren in was Festes, also was Materielles und alles andere, das liegt auch ein Stück weit nicht in unserer Hand und ja, das ist nicht unbedingt finanziell ein guter Tipp, aber ich bevorzuge halt Cash auf dem Konto, weil ich mich oftmals auch nicht damit auseinandersetzen mag, was gerade ist und muss dann auch nicht darauf reagieren. Also ich sage mal, diejenigen von uns, die an der Börse unterwegs sind, haben ohnehin mehr, als sie brauchen und vielleicht sollten wir darüber mal nachdenken, wie wir das Geld dann in ganz andere Kanäle schichten. Dann kommt oft, ja, aber das ist meine Altersvorsorge und dann ist meine nächste Frage, ja, wie alt werden Sie denn? Und da kriege ich dann auch keine Antwort drauf. Ich sehe das an der Stelle vor allem aus der Sicht des Nervenkostüms. Was tut mir gut? Und wenn ich mit der Angst leben muss, dass ich heute Abend einschlafe und morgen zehn Prozent weniger eines, sagen wir mal, großen Vermögens hätte, dann ist das ein Problem an sich. Das kann mir beim Festgeldkonto natürlich auch passieren, dass da gewisse, ich sage mal, von Seiten des Staates in gewisser Weise eingegriffen wird. Nichtsdestotrotz sage ich, dass ich einfach gucken muss, wo geht meine Energie hin und ich würde da einfach überlegen, nicht zu viel Geld in den Märkten zu haben. Ich sehe Trading im Übrigen auch so, dass das etwas ist, wo ich mir kontinuierlich was mit erarbeite und ich dann aber auch ein Stück weit das in mein Leben einfließen lasse. Das Thema, das Geld muss immer mehr werden, das Konto muss immer größer werden, macht an sich keinen Sinn. Das ist genauso wie, wenn ich mir Windstärke 12 wünsche. Da türmt sich auch was auf an Wassermassen und das kann man auch nicht mehr handeln. Und so ist es. Ich habe Klienten, die haben 50 Positionen im Markt und sage ich, also um es deutsch zu sagen, seid ihr irre. Das müsst ihr ja auch pflegen und damit umzugehen ist schwierig. Also wer zu viel hat, tatsächlich in was Festes. Anfassbares. Ja, haben Sie dafür vielleicht auch ein Beispiel, was Festes? Schweben Ihnen da jetzt Immobilien vor oder? Ja, tatsächlich. Was mache ich, wenn ich zu viel Geld habe? Das ist ja, ich kann, also ich weiß im Moment nichts Pfiffigeres als tatsächlich irgendwas, was mit Immobilien zu tun hat, was ich bestenfalls auch selber nutze oder eine Stiftung, wo ich eins meiner Lebensprojekte mit aufbaue und mich da selber einbringe. Das sind so für mich die zwei großen Möglichkeiten, sobald es eben ausreicht, dann in solche Dinge zu investieren. Ansonsten muss ich leider, was soll ich machen? Ich kann ja nur zugucken, was da passiert, denn das Normale, wenn tatsächlich ein Crash ist, dann fängt das ja an, man fängt an mit den sogenannten C-Experten zunächst mal zu sprechen. Ja, was würden Sie tun? Ja, auf jeden Fall Ruhe bewahren. Das kann man immer wieder bei kleineren Crashes oder auch größeren beobachten. 2.7 war das so ähnlich und irgendwann fragt man dann den B-Experten, der sagt, ja, ja, auf jeden Fall Ruhe behalten und dann wird irgendwann Max Otte zugeschaltet. Das ist wunderbar. Ich mag den Max sehr gerne und ich finde auch super, was er sagt, wofür er steht. Nichtsdestotrotz versucht man eben auch von staatlicher Seite, dass da Ruhe bewahrt wird und Ruhe ist an der Stelle kein guter Ratgeber. Wenn ich sehe, für mich Anzeichen habe, dass ich mich besser von Position lösen sollte, dann sollte ich es tun und an der Stelle entweder Cash herstellen oder mir andere Träume erfüllen im Sinne von Stiftung oder eben auch was Immobilienmäßiges. Was ich bestenfalls selber nutze dann. Schwierig wird es, wenn ich so viel Geld habe, dass ich mir so viel Immobilien kaufen kann, dann habe ich ein anderes Thema, worum ich mich kümmern muss, aber dann habe ich aber auch so viel, was ich eigentlich schon nicht mehr überschauen kann. Also ich sorge immer dafür, dass in meinem Universum das alles passt und auch überschaubar ist und ich will nicht so viel Zeit mit solchen Dingen verlieren. Ich müsste mich dann um viele Häuser kümmern, ich müsste mich um meine Aktienpakete kümmern und dergleichen. Also Leben ist auch ein Stück weit im Fluss sein und wir müssen uns mal überlegen, ob wir, wie wir es machen würden, wenn wir einfach mal nur einen Rucksack hätten, was wir da reintäten und dann unseres Weges gingen und dann unsere Talente ausleben. Also das ist oft ein Thema von ich habe auch zu viel, ich habe Überfluss. Ja, dann eine praktische Frage eines unserer Teilnehmer. Er hat die Erfahrung gemacht, dass er seinen Stop, also die Stop-Marke immer zu eng legt. Also klar, er hat das verstanden, was Sie auch gesagt haben, Verluste begrenzen, Gewinne laufen lassen, aber ja, aus Ihrer Perspektive, Sie sind jetzt natürlich kein aktiver Trader, sondern gehen wirklich aus der anderen Perspektive hier ran. Können Sie Ihnen da auch einen Rat mit auf den Weg geben? Ja, also wenn ich trade, also ich trade auch, wenn ich Zeit habe, wenn ich trade, gucke ich mir immer die Volatilität an. Das Marktes, den ich handle. Und zwar auch auf der Zeitebene, wo ich unterwegs bin. So und wenn ich jetzt beispielsweise im Daytrading unterwegs bin, was ich ausschließlich tue, weil ich halte keine Übernachtpositionen, dann schlafe ich schlecht, weil ich dann morgens um halb fünf aufwache und will als erstes in den Markt gucken, und das kann man ja in gewisser Weise sogar heute auch, dann ist für mich einfach ein wichtiger Punkt, dass ich außerhalb der Volatilität meinen Stop setze. Das heißt, wenn ich eine Volatilität von 20 DAX-Punkten habe, aber vielleicht ängstlich bin oder eben gelernt habe, ich muss einen Stop setzen, setze den aber 18 Punkte unter meinem Einstieg, dann kann ich eben davon ausgehen, dass ich mit dem natürlichen Rauschen schon rausgekickt werde. Und das ist für mich mit der entscheidende Punkt, dass ich einerseits charttechnisch gucke, was ist hier relevant? Also hochs, tiefs spielen da für mich eine Rolle, Widerstände und Unterstützung, Trendlinien, gleitende Durchschnitte, 10er, 20er, 50er, wenn ich kurzfristig unterwegs bin und dann ist es letztlich nur noch der Punkt, dass ich mir die Volatilität der letzten, kommt immer drauf an, 10, 14 Tage angucke und damit habe ich eigentlich schon viel gewonnen, dass ich einfach auch meinen Stop außerhalb der Volatilität legen kann, dass ich meinen Stop unterhalb von einer Trendlinie oder oberhalb, kommt jetzt drauf an natürlich, in welche Richtung ich lege oder eben aber auch nahe eines gleitenden Durchschnittes und dann komme ich auch zu guten Chance-Risiko- Verhältnissen, denn das ist etwas, was dann immer relativ nah auch am, ich sag mal, an einer Markteigenschaft ist. Das heißt, für mich ist immer wichtig, nicht wie viel hole ich aus meinem Markt raus, was ich möchte, was weiß ich, 20 DAX-Punkte oder wie man es auch immer darstellt, sondern, oder 200 Euro als Beispiel, sondern ich gucke, was kann der DAX als Beispiel mir geben und das hängt ein Stück weit von der Volatilität ab, hängt aber auch ein Stück weit davon ab, wo er sich gerade befindet. Ist er in einer Bewegung, ist er in einem Trend? Das heißt, ich gucke mir klassisch DAO an, ich gucke mir aber auch Fibonacci-Verhältnisse sehr gerne an, sowohl Retracements wie Extensions, das ist das, wo ich ein bisschen drauf gucke und ansonsten relativ wenig, weil der Chart gibt mir ja letztlich die Informationen, die es gibt und wenn ich aus Angst nichts zu verlieren oder weil ich gelernt habe, man sollte Stops setzen, dann lohnt sich nochmal hinzugucken, was passiert mit mir, wenn ich ausgestoppt werde? Liegt das an der Angst? Macht das Angst? Ist das Geiz geschuldet, dass ich den Stop nicht etwas größer setze? Also für mich ist der Markt, den ich handele, das Entscheidende, der ist der Taktgeber und den versuche ich eben wahrzunehmen mit diesen wenigen Mitteln und damit kommt man schon ganz schön weit. Dann die letzte Frage für heute, Herr Schriek, bevor ich Sie um ein kleines Fazit zur heutigen Veranstaltung bitten möchte. Sie sind ja auch in der Branche aktiv, ich weiß zum Beispiel auch, dass Sie auf der World of Trading dabei sind, Sie haben ja auch bereits ein breites Angebot vorgestellt. Es gibt super viele Tradingkurse und einige unserer Teilnehmer würden gerne wissen, ja was raten Sie denn jetzt, gibt es da irgendwie was, was Sie besonders gut finden? Naja, ich, also das ist eine Frage, da bin ich nun wirklich völlig unvorbereitet. Natürlich würde ich jetzt sagen, jemand, der mit mir arbeiten will, ich gebe im Januar bis März ein Seminar, wir machen Sie zum Trader, wo auch der Self-Invest tatsächlich beteiligt sein wird. Da werde ich vor allem eben diesen Fokus auf, wie komme ich zu einer Strategie, die zu mir passt, beziehungsweise eben auch, wie ist das auf der psychologischen Ebene? Denn wenn ich psychologisch stabil bin, kriege ich eine ganze Menge hin, wenn ich mit angemessenem Risiko unterwegs bin und eben den Markt im Blick habe und nicht mich als Mittelpunkt der Welt mache. Also ich sage, das, was einen hohen psychologischen Anteil hat, wo es um den Menschen geht, wo es um die Person geht, die da tatsächlich traden will, das sind Kurse, die sich lohnen und ja, nicht zuletzt empfehle ich an der Stelle meinen eigenen, deren Kürze aufgesetzt wird. Ich habe das das letzte Mal vor sieben Jahren gemacht, 2012 haben wir schon mal einen Kurs in Lower Main gemacht, wir machen sie zum Trader und das ist etwas, was ich empfehlen kann und ich sehe bei vielen von denen, die damals dabei waren, heute auch, was sich da entwickelt hat und es ist eben die Herangehensweise, dass derjenige, der das vermittelt, eben auch nicht sagt, er ist das Maß der Dinge, sondern dass er Möglichkeiten bereithält, unterstützend auch Feedback gibt, also das ist mehr als nur eine Strategie von irgendjemandem lernen oder eine Strategie nachmachen, sondern das ist was ganzheitliches und ja, also von daher könnte ich das mal so sagen. Dankeschön, liebe Teilnehmer, jetzt von mir der Hinweis an Sie, dieses Webinar wurde aufgezeichnet. Wenn Sie also nochmal reinhören wollen, gibt es diese Möglichkeit, wir laden die Aufzeichnung auf unseren YouTube-Kanal hoch und Sie erhalten im Nachgang eine E-Mail, da sind auch die Kontaktdaten zu Wea Self-Invest mit dabei und auch der Link zur Aufzeichnung. Schauen Sie einfach nochmal rein an der einen oder anderen Stelle, können Sie nochmal nachhören. Außerdem habe ich Ihnen soeben in den Chat unseren Webinar-Newsletter gepostet und ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Newsletter, der völlig kostenlos ist, abonnieren. Dann verpassen Sie nämlich kein Webinar mehr bei finanzen.net, denn wir haben neben Herrn Dr. Schrieg auch immer mal wieder Trader zu Gast, die aus ihrem Erfahrungsschatz berichten oder eine andere Perspektive. Wir versuchen da eine gute Abwechslung für Sie hinzubekommen und so mit dem Newsletter verpassen Sie dann kein Webinar mehr. Herr Schrieg, jetzt bitte Ihr Fazit zur heutigen Veranstaltung. Vielleicht der ultimative Tipp oder was sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jetzt noch mit auf den Weg nehmen? Naja, jeder sollte danach gucken, was ihm selber gut tut, wie viel Risiko tatsächlich Sinn macht, wie viel Zeit mit dem Thema Finanzen zu verbringen sich lohnt und ob es nicht auch viele andere Talente gibt, die man im Leben vorantreiben kann und ob Zeit mit Freunden und Familie nicht mindestens so gut investiert ist. Es geht eher hier um das Menschliche und das Thema Finanzen auch mal so einzuordnen, dass es nicht zum Lebensmittelpunkt wird. Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt und das Menschliche in den Vordergrund zu stellen. Trading macht Spaß, soll es auch. Mit Trading kann man viel Geld verdienen, Klammer auf, man kann aber auch verlieren und in diesem Sinne sage ich, tun Sie einfach, was Ihnen gut tut und vielleicht schnappen Sie heute Abend noch ein bisschen frische Luft, denken ein bisschen auch darüber nach oder schauen sich das Ganze nochmal an. Es ist ein ganz großes Thema, vor allem, weil wir selber viel über uns lernen durchs Trading, wenn uns das bewusst wird, dass es eigentlich die ersten vielen Trades gar nicht um das Geld verdienen geht, sondern nur um das, wie wir im Leben stehen und was wir daraus machen. Und ich sage jedem, er kann gewinnen, er kann letztlich sich zu einem guten Trader entwickeln, dass es einfach viel Arbeit an sich selbst, manches eben auch durch Feedback unterstützt, aber letztlich geht es darum, dass ich selber das, was ich bin, durch Trading auch umsetze und von daher viel Erfolg in allen Lebenslagen und auf bald vielleicht auf der World of Trading oder im Seminar. Vielen, vielen Dank. Ja, mein Dank gilt auch Ihnen, Herr Schriek. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, uns ein bisschen in Ihre Welt und Ihre Sicht auf das Trading mitzunehmen. Ich wünsche Ihnen und auch unseren Teilnehmern jetzt noch einen schönen Abend und natürlich Ihnen allen viel Erfolg mit Ihren künftigen Investments. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.